Elio Di Ruppo ist ein belgischer Politiker der Parti-Socialiste. Von Dezember 2011 bis Oktober 2014 war er Premierminister des Königreichs Belgien. Der Sohn italienischer Einwanderer ist langjähriger Parlamentarier, war Minister in der Föderalregierung und hatte zweimal das Amt des Ministerpräsidenten der Wallonischen Region inne. Seit 1999 ist Di Ruppo Vorsitzender der PS und seit 2001 Bürgermeister von Mons. Elio Di Ruppo, in Belgien bekannt für seinen Querbinder, trägt den Ehrentitel Staatsminister. Ausbildung Di Ruppo ist eines von sieben Kindern einer italienischen Gastarbeiterfamilie, die seit 1947 in Belgien ansässig war. Sein Vater starb früh bei einem Verkehrsunfall. Aufgrund der familiären Armut musste Di Ruppos Mutter drei seiner Geschwister in ein Waisenhaus geben. Di Ruppo studierte in Mons und Litz. Als Chemiker ist er Inhaber eines Doktortitels der Universität Mons-Heinaut. Di Ruppo spricht neben seiner italienischen Muttersprache auch Französisch, Englisch und Niederländisch. Politische Karriere 1982 wurde Di Ruppo Gemeinderatsmitglied in Mons. Im Jahre 1986 wurde er Schöffe für Gesundheit, Urbane Erneuerung und Soziales. Von 1987 bis 1989 war Di Ruppo Abgeordneter des Arrondissements Mons. In den Belgischen Senat wurde er 1991 gewählt. Von 1992 bis 1994 war Di Ruppo Minister der französischen Gemeinschaft für das Erziehungswesen und von 1993 bis 1994 außerdem für Medien zuständig. 1994 trat er als Vizepremierminister und Minister für Kommunikationsdienste und öffentliche Unternehmen in die Föderalregierung ein. In der Folge behielt Di Ruppo das Amt des Vizepremierministers und wurde Minister für Wirtschaft und Telekommunikation. 1996 wurde Di Ruppo in der Folge der Dutrouff-Affäre von dem jungen Olivier Trusk nachbeschuldigt, ihn sexuell missbraucht zu haben, als er noch minderjährig war. Vor Gericht erwiesen sich diese Vorwürfe jedoch als haltlos, so dass Di Ruppo von diesen freigesprochen wurde. 1999 wurde Di Ruppo als Nachfolger von Philippe Buskin Präsident des Partys Socialiste. Am 8. Juli 2010 erhielt Di Ruppo von König Albert II. den Auftrag zur Präformation einer neuen Regierung nach den Föderalwahlen vom 13. Juni. Di Ruppos Bemühungen um die Bildung einer Mehrparteienkoalition scheiterten allerdings so, dass er am 3. September 2010 sein Mandat wieder niederlegte. In den folgenden Monaten stockte weiterhin die Regierungsbildung. Auch die Staatsreform zur Lösung des flämisch-frankofonen Konfliktes in Belgien machte keine Fortschritte. Am 17. Mai 2011 wurde Di Ruppo erneut mit der Regierungsbildung beauftragt. In den Gesprächen über die Staatsreform legte Di Ruppo im Juli auch detaillierte Vorschläge für ein großes Sparpaket für Belgien vor. Im August 2011 nahm er nach knapp einjähriger Pause wieder direkte Gespräche mit Vertretern anderer im Parlament vertretener Parteien auf, nachdem Verhandlungen mit der flämischen Nü Flamse Allianti keine Fortschritte brachten. Am 15. September 2011 gelangten acht Parteien unter der Federführung von Di Ruppos PS zu einer Einigung in den zentralen Punkten einer Staatsreform, die unter anderem die Teilung des umstrittenen Wahlkreises Brüssel-Halle-Wilforde vorsah. Die neue Regierung wurde schließlich am 6. Dezember 2011 ernannt. Kritik Di Ruppos anfänglich mangelnde niederländische Sprachkenntnisse waren in der Vergangenheit immer wieder ein Kritikpunkt. Bei seinem Amtsantritt als Ministerpräsident eines Landes mit einem niederländischsprachigen Einwohneranteil von ca. 60% versprach Di Ruppo. Deshalb sprach Unterricht zu nehmen. Sein niederländischer Lehrer Bart Brasse Lersch kommentierte die Fortschritte Di Ruppos mit den Worten, dass er noch nie einen solch gelehrigen und wissbegierigen Schüler gehabt hätte. Im August 2012 bescheinigte Brasse Lersch seinem prominenten Schüler sogar die Zweisprachigkeit. Dies wird von manchen Beobachtern auf flämischer Seite jedoch hin und wieder in Zweifel gezogen. In die Kritik geriet Di Ruppo im März 2012, als die Polizeigewerkschaft FGÖD Polizei meldete. Di Ruppo habe in den ersten zwei Monaten seiner Amtszeit schon 25 Mal auf eine Polizeieskorte zurückgegriffen. Während sein Vorgänger Ivelet Hermel in zwei Jahren Dienstzeit nur zehn Mal, sein Vorvorvorgänger Guy Verhofstadt in acht Jahren Dienstzeit kein einziges Mal darauf zurückgriff und dessen Vorgänger Jean-El Luce de Haine sich nur sehr ungern eskortieren ließ. Privates Di Ruppo begründete am 13. Februar 1983 das Festival International du Film d'Amour. Seit 2001 lebt Elio de Ruppo offen homosexuell. Mit seiner Ernennung zum belgischen Premierminister ist er der erste männliche und nach der isländischen Ministerpräsidentin Johanna Sigrta d'Ottir der zweite offen homosexuelle Regierungschef der Neuzeit gewesen. Ehrungen Elio de Ruppo ist Kommandeur des Leopoldsordens. Seit 2001 trägt er den Ehrentitel Staatsminister. Übersicht der politischen Ämter 1982 heute Mitglied des Gemeinderates in Mons 1986-1987 Schöffe in Mons 1987-1989 Mitglied der Abgeordnetenkammer 1989-1991 Mitglied des Europäischen Parlaments 1991-1995 Senator 1992-1993 Minister der Französischen Gemeinschaft für das Unterrichtswesen 1993-1994 Minister der Französischen Gemeinschaft für das Unterrichtswesen und für Medien 1994-1995 Vizepremierminister, Minister für Verkehrswesen und öffentliche Unternehmen in der Regierung d'Henei 1995-2009 Mitglied der föderalen Abgeordnetenkammer 1995-1999 Vizepremierminister, Minister für Wirtschaft, Telekommunikation und Außenhandel in der Regierung d'Henei 1999-2000 Ministerpräsident der Wallonischen Region 2001 heute Bürgermeister von Mons 2005-2007 Ministerpräsident der Wallonischen Region 2009-2010 Mitglied des Wallonischen Parlamentes 2010 heute Mitglied der föderalen Abgeordnetenkammer 2011-2014 Premierminister 1 hard Frieder 1 Crash 2 f f f Untertitelung des ZDF, 2020